Guten Tag meine lieben Schüler, wie ihr wisst, haben wir ja einen Vokabeltest geschrieben und der wirklich, der ging wirklich gar nicht. Der ging so schlecht, also ihr habt ihn so schlecht geschrieben, also schlimmer geht es sich. Natürlich gibt es da auch eine 1, aber leider auch eine 6. Und dafür, dass ihr so lange Zeit hattet und euch vorbereiten konntet und halt wirklich so einfache Vokabeln da waren, ja, dann weiß ich wirklich nicht, warum das halt so schlecht ausgelaufen ist. Also nächstes Mal, Kinder, müsst ihr wirklich mehr lernen, denn sowas geht gar nicht. Also besser nicht so viel Freizeit, nicht so viel zocken und so, sondern ein bisschen büffeln, ne? Okay, dann wollen wir mal. Ich sag euch jetzt die Noten. Tamara, meine Maus, eine 6. Björn, mein Liebling, eine 5. Lisa, du tolle, eine 4. Robben, naja, könnte besser sein, aber besser als eine 6, eine 3. Camelia, na, du warst, glaube ich, fleißig, fleißig. Könnten sich die anderen auch mal was da, eine Schnitte rausschneiden, ne? Also, aber es geht ja noch besser. Also Camelia, eine 2. Oh, Andreas, das ist aber eine Überraschung. Der hat eine 1. Gratulation, Andreas. Weiter, so weiter, weiter. So, meine Lieben, wie ihr seht, war der Test wirklich schlecht. Nächstes Mal wirklich lernen. So, meine Lieben, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bitte nicht vergessen zu üben. Tschüss.